Ich stehe hier, wie man vielleicht ein bisschen erkennen kann, vor dem Fahrgeschäft Apollo 13. Das ist ein riesiger Schleuder, anders kann ich es irgendwie nicht beschreiben, die 120 kmh schnell wird. Man überschlägt sich dabei irgendwie mehrfach vorwärts, rückwärts, überall hin. Leider dürfen wir es gerade noch nicht fahren, weil der TÜV das Gerät noch nicht abgenommen hat. Andererseits ist es natürlich auch gut, dass wir es da noch nicht fahren dürfen.